So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Flex. Wie halb angekündigt spielen wir Lulu. Achso, ich kann mich wegen Kalista nicht bewegen. Ähm, genau. Lulu als Support. Es ging im ersten Match jetzt nicht so gut für uns aus. Es stand... Äh, ein Loss. Zyra hat dann doch nicht so gut funktioniert. Und der Pyke und meinen ADC kennen sie ja. Also wir spielen Kalista, Lulu gegen Pyke, Ezreal. Oh, 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 boy. Oh, boy. Oh, boy. Haha. Ja, diesmal mache ich einfach nicht den Fehler, indem ich in den Busch gehe. Ich gehe einfach sofort auf die Lane. Das... Da steht mein ADC, dann fühle ich mich da auch wohl. Dann bleibe ich hier. Äh, werde auch die Kuh als erstes gleich leveln. Och Gott. Mit Ranks hat das schon wieder so... Hehehehe. Hahaha. Ach, dieses... Äh. Ranks und Fallenstellen und so. Oh je. Hat der gleich einen Sack von Gold bekommen. Dieser Drecksack. Dieser Drecksack, ey. Oh, nein. Warwick stirbt. Warum rennt der da noch rein? Werd er nicht sogar noch entkommen? Ah, super Start. Yeah, Ari. Are you blind? Ah, super. Es fängt schon... Es fängt schon an! Oh, fuck. Das war daneben gezielt. Aber es fängt schon an. Der Flame. Also, äh, wir wären aktuell in Gold 3 eingerankt. Mit einem Loss. Finde ich aber eigentlich noch recht... Eine recht gute Einwertung. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch man kommt, wenn man jetzt gewinnt. Ob das gleich 50 LP oder so gibt. Oder was es allgemein gibt. Aber theoretisch hat man auch noch Möglichkeit, auf Gold 2 hochzukommen. Das wäre natürlich sehr juicy. Wen haben die Hilkarim? Okay, da muss ich eventuell gucken. Wegen den Gangs. Ob die nicht ein bisschen gemein von ihm werden. Und natürlich Pyke. Pyke mit Skin. Den muss ich erstmal auseinanderhalten, ey. Oh. So, spiele ich gar nicht gegen Pyke. Ich habe gegen den sehr wenig Erfahrung. Oh, ja, klar. Ach, Pix, treff doch. Scheiß Kuh. So, ich gehe nochmal close. Wow. Ah, ja. Eintreffer. Gut, ich warte mal. Ich sollte nicht die ganze Zeit die EQ-Combo machen. Aber ich will halt ein bisschen Gold anstacken. Für mein, ähm, ja, Supporter-Item. Und allgemein für halt Gold. Na, ist logisch. Und natürlich immer in Bedacht sein, dass ein Hilkarim von irgendwo kommen könnte. So, und immer mal auch wieder ein paar Outdoor-Tags. Also, ich habe jetzt zwar eine Ewigkeit nicht mehr Lulu gespielt. Aber ich glaube, das sollte trotzdem einigermaßen klappen. Gegen Klapperkopf. Ah, ja. Ich glaube, der will gleich hocken. Ja, genau. Der wollte gleich hocken. Das war ja so klar. Hey, Karim alive. Ja, ich weiß. Das macht mir Angst. Kalista will rein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, super. Ja, und er kommt noch von hinten. Sie hat mich verlassen. War blöd, dass wir so getrennt waren. Und sie ist tot. Das war echt blöd, dass wir getrennt waren. Das war scheiße. Ah. Ah, ich mag Pike nicht. Aber ich hätte auch besser spielen können. Ich weiß nicht wie, aber ich hätte auf jeden Fall besser spielen können. Okay. Okay. Oh, Annie ist auf Killing Spree. Oh, Leute. Das wird kein... Oh. Das wird kein gutes Match. Das wird kein gutes Match, Mann. Ich hätte auch nicht weiter rein gehen können. Aber ich wurde ja komplett von dem Pike nach... Also, ja, abgeschnitten. Ja. Also wäre auf jeden Fall cool, wenn Kalista noch da geblieben wäre. Vor allem auch wegen dem Heal. Dann hätte ich es zumindest überlebt. Ja, komischerweise, wenn ich Gegner ignite, dann nehmen die gar nicht so viel Schaden. Aber wenn du das Gegner machen, dann heißt es natürlich gleich mal hier. Und fette Portionen des Lebens abziehen. Durch eine Ignite. Oh, ich wollte gar nicht angreifen. Ich wollte nur hier weglaufen. Guck mal. Ach, komm. Scheiß Ass Real, Mann. Sie will back. Echt jetzt? Ich wollte nur so ein bisschen Kohle? Dann will ich aber auch ein bisschen Kohle. Genau. Ja, super. Das war ja eine kurze Zeit. Aber ich kann da nichts machen. Ich habe zwar noch Flash ready, aber genau. Ich kann da nichts machen. Die kommen nämlich... Die können mich gleich so easy töten. Ich bleibe auf Distanz. Das ist jetzt ein richtiger XP-Verlust. Das war... Die ist für Schuhe zurückgegangen. Okay. Ja gut, Schuhe auf Kalista ist... Glaube ich schon ganz nice. Aua. Aber... Ähm... Ja, dafür haben die Gegner halt jetzt einen extremen Vorteil. Boah, Ass Real. Ich bin zu blöd, seiner Scheiß-Kuh auszuweichen. Die wird vielleicht gleich... Gedingst? Nee. Hoho! Wenn er... Genau, wenn er... Ah! Er kann seine Kette nicht raushauen, wenn er gepolymorphed ist. Sehr praktisch. Kann es dann sein, dass Lulu sogar ein Dings-Counter ist? Ich weiß es nicht. Ich will da... Ich kann da nicht so tief rein. Ein Jungler haben wir auch nicht. Wir haben keine Wards. Ich würde echt nicht so tief reinjumpen. Auch wenn sie jetzt... Er hat bald Level 6. Ja, jetzt hat er Level 6. Äh, das war ein... Äh... Exhaust, der umsonst ist. Okay, er hat kein Mana. Ich kann ihn im Nahkampf bekämpfen. Für die Münzen. Äh... Aber Kalista hat einen Kill bekommen und... Es will auch... Pyke? Ich weiß gerade nicht, wer den Kill bekommen hat. Aber Pyke hat auf jeden Fall noch nicht Level 6. So, ich ping mal SS. Äh, er wird backgegangen sein. Ich glaube nicht, dass da jetzt... Ja, da ist keine Trap. Oh, oh, oh! Pyke ist da! Pyke? Nein! Ich konnte nicht ulten! Oh! Bitte! Er macht so viel Schaden! Oh, lol! Okay, Kalista macht auch Schaden. Das war fair. Ah, ich wollte... Also, ich wusste, dass er mich ulten würde. Aber ich... Ich wollte dagegen ulten. Aber entweder ich... Ich hatte gerade irgendeinen Status-Effekt drauf. Keine Ahnung. Aus... Entweder ich war gerade gestunnt oder gesilenced. Oder ich hatte keine Mana oder sogar beides. Auf jeden Fall hat es nicht für meine Ult gereicht. Das war sad. Aber Kalista hat den Kill bekommen. Das ist voll even. Ich will ja jetzt nicht die höchste KD haben. Ich will eigentlich in den Ranks nur gewinnen. Das reicht mir vollkommen nicht. Ich habe auch ewig keine Kalista mehr gesehen. Oh! So. Bisschen drauf bauen. Ja, ja, ja. Also, ich habe auch ewig... Also, weder gegen eine noch mit einer gespielt. Hätte ich schilden können. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass... Es wieder mit seiner E noch trifft. Oh, sehr riskant. Die will... Report Poppy. Oh Gott! Was läuft denn auf Top-Lane ab? 23er Farm? Level 5. Hä? Was? Oh, was? One Shot in 0,7 Sekunden. Was soll die Scheiße? Was? One Shot in 0,7 Sekunden. Wow. Wow. Und Poppy geht... Was? Also, Jungler sind okay. Ah, toll. Und die pissen sich an. Och. Oh, nö. Oh, warum? Warum sind Ranks immer so... So... Ekelhaft? Ranks sind richtig ekelhaft. You were... You were took my farms. Was? Also, Bot-Lane ist jetzt... Ähm... Würde ich trotzdem sagen, dass wir uns gegen die Gegner relativ behaupten können. Das... Das klappt ganz gut gegen die Gegner. Oh, die hat gerade fett durch den Turret schein genommen. Äh... Mid-Lane ist halt sehr uneven und Top-Lane auch. Also, Jungle ist even... So, relativ. Weil, kann man alles noch gewinnen. Ich kann da leider nicht weiterhelfen. Ich muss da fliegen. Aber sie konnte den Kill noch holen. Ich muss den Turret fallen lassen. Es geht... Ich kann da nichts machen. Geht nix. Der kommt da auf mich zugeprescht. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Ah, ne. Ne. Zu riskant. 24-Farm. Da hat der Pyke als Support fast zu viel. Wie kann man so scheiß wenig Farm haben? Wie geht denn das? Oh, ja. Und er zieht halt richtig gut mitnendurch. Älter. Wo ist er? Oh, er hat mich voll in die Ass-Ult gerammt. Ey. Wieso mache ich eigentlich Let's Flex? Das war ein richtig gutes Play von den Gegnern. Ich habe leider auch erwartet, dass da jemand im Busch ist. Aber ich wollte meinen Addys nicht enttäuschen. Aber der hat sich richtig gut reingeboxt. Oh. Ja, okay. Midlane kriegt auch mal ein Kill. Oh, die Annie ist zu stark. Botlane ist für den auch gut. Ich stehe 0-4, ey. Oh. Aber es war halt trotzdem nicht so der wirkliche Loss von der Botlane. Shit. Oh ja, der Ward zeigt ihn halt auch nicht an. Scheiß Ward. Die Garen hat einfach dreieinhalb mal so viel Farm. Dreieinhalb. Komm schon. Ich muss irgendjemanden beschützen. Ich hasse alle. Ja, wir sterben gleich wieder. Ich sterbe auch. Hihi. Ich hau ab. Hihi. Hihi. Das war eh eine Suizid. Es tut weh. Es tut einfach richtig weh. Level 7 zu Level 10. Hat Poppy so ein schlechtes Spiel gegen Garen? Der stirbt jetzt. Garen ult. Ah, ne. Der hat die nicht. Okay. Hat Poppy so ein schlechtes Spiel gegen Garen? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Da muss irgendwas anderes sein. Boah. 1,5, 0, 5, 4, 6. Und Poppy komplett ohne Farm. Also das ist ein Weihnachtswunder, wenn wir das noch gewinnen. Aber auch hier sehe ich richtig schwarz. Ganz ehrlich, wir konnten uns als Botlane relativ gut behaupten. Gegen den Andygang konnte man halt wirklich nichts machen. Schon wieder. 7, 0. Ja. Jetzt geht er rein. Stunt. Und auch nö. Jetzt. Oh, hat er lange ausgeküren. Drauf da. Komm schon. Ach. Ficken. Annie ist doch eine Bitch, man. Annie ist so eine richtige Bitch. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt versuche. Ich habe ja nicht mal Damage. Oh. Habt ihr seid echt nicht gerafft mit der AFK-Poppy. Oh, super. Und dann friert mein Spiel auch noch ein. Oh, cool. Moment. Moment, schnelles V-Loggen. Da, 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 da. Ja, manchmal friert LOL ein. Das ist richtig scheiße. Ich habe schon versucht, da Probleme zu googeln. Spiel nochmal neu installiert. Grafik runtergeschraubt. FPS-Zahl runtergeschraubt. Aber manchmal friert es einfach ohne Grund ein. Voll dumm. Nur LOL. Ich habe bei sonst keinem anderen Spiel das Problem. Also, falls ihr eine Lösung kennt. Äh, in dem Taskmanager steht dann auch, dass League of Legends inaktiv ist plötzlich. Komm, schnell das V-Loggen, man. Geh schnell rein, du Lu. Hab das aber auch nicht langes Problem. Erstmal seit ein paar Monaten. Davor war alles vollkommen fein. So. Ah, super. Wie viel Damage macht der? Och, nö. 0,7. Warte, wurde ich gerade extra noch gekillt. Wow. Alter, Ranks sind unbarmherzig. Die sind richtig, richtig unbarmherzig. Ich will so nicht mehr spielen. Aber wenn das Gold 3 Elo ist, dann gute Nacht. Ich bin tot. Ich drücke R. Aber es reicht halt auch zeitlich überhaupt nicht. Ah, diesmal hat sie sogar länger gebraucht. Alles nur dank Mercury-Treads. Es lässt sich 0,3 Sekunden länger leben. Hurra. Super. Das sind so unlucky Games, ey. Huh, 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 huh. Wohin? Meine. Kamera wollte nicht. Nein. Ich habe sie noch geultet. Hurra. Hurra, ich konnte sie noch ulten. Die machen Finish, ne. Ich will nicht surrendern. Vielleicht werde ich auch in Gold 4 eingerankt. Gold 5. Irgendwas stimmt da definitiv nicht. 9, 0, 7, 7, 8. 0, 9, 8. Oh, Mann. 0, 9. 0, 9. Oh. Ich glaube, ich bin für dieses Spiel einfach nicht mehr geeignet. Ich habe nichts, ich habe nichts. Ich bin wieder tot. Fucking Annie. Warum? Wieso ist die überall? Wieso ist Annie fucking überall? Ah, sie wurde wie nebenan einmal getötet. Wow. 13 zu 35. Oh, es tut so weh. Es tut so weh. Oh, 0, 10, 6. Diese scheiß Annie. Scheiß Annie. Wirklich. WP. Oh. Okay, ich brauche noch mal eine Woche Pause. Boah. Also letzte Season habe ich den Unterschied zwischen Normal und und Flex und Ranked überhaupt nicht gespürt. Aber jetzt diese Season, da ist es unglaublich extrem. So, jetzt sagen wir, kriegt man da irgendwas? Kalista kriegt trotzdem ein Nonna. Gibt das trotzdem irgendwelche Abzüge? Minus 0 LP. Mastery 6. Ey, was heißt das? Plus 0? Gold 3. Okay. Ich hatte mehr Geld als Poppy. Mit meinem 0, 10, 6 hatte ich... Wow. Ich habe zwei Honors. Ich habe zwei Honors bekommen für so eine scheiß Leistung. Okay. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Let's Flex. Irgendwann, irgendwann kommt vielleicht die Glückssträhne. Ach, und jetzt kommen ja auch die Plus. Okay, irgendwann kommt es dann vielleicht oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao. 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 Ciao.